Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute geht's mal wieder weiter, ich bin hier gerade in der Champions-Übersicht, was es so gibt, aber das spielt im Moment keine Rolle. Wir gehen einfach wie immer jetzt wieder in die Kluft der Beschwörer, Normal Game. Viel anderes können wir eigentlich nicht machen, gehe ich mal einfach davon aus. Es wird auf jeden Fall sein, dass wir jetzt endlich mal einen neuen Champion bekommen und wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele oder so gewinnen, dann sollten wir eigentlich genug Experience Points haben, also hier oben die Schwerter, um Timo zu kaufen. Ja, ihr wisst ja schon, ich hab's ja schon mal irgendwann mal erzählt, beziehungsweise angeschnitten und Timo wird auf jeden Fall mein nächster Champion sein. Außerdem geht's jetzt hoffentlich von der Aufnahmequalität her besser. Ich hab jetzt mal ein bisschen umgestellt. Das seht ihr jetzt im Grau noch hier unten, aber ja, spielt keine Rolle. Ich hoffe jetzt einfach wie gesagt, dass es jetzt endlich im richtigen Format ist, damit's auch schön scharf wird, sag ich jetzt einfach mal. Und damit's mehr flüssig läuft, denn vorher hatte ich immer nur mit 30 Frames pro Sekunde aufgenommen und jetzt probier's mal mit 60 FPS. Und ja, jetzt sind wir schon bei 6,50 Sekunden. Auf geht's, komm schon. Eine Minute. Nice. Go, 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 go. Go, 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 go. Vier Leute haben noch nicht angenommen. Achso, ich weiß gar nicht, was es für Champions es gibt. Oh, snap. Ich muss nur mal gucken. Gucken, gucken. Champions. Okay, wir können auf jeden Fall Ash spielen. Arthrox. Garen. Katharina. Jawohl. Heute spielen wir wieder Katharina. Ich glaub, letztes Mal waren wir Ash oder so. Aber ich hab richtig Bock, Katharina zu spielen, das sag ich euch jetzt ganz ehrlich. Ich hab das ewig nicht mehr gespielt. Und seit dem letzten Patch ist Katharina wieder ein bisschen schwächer geworden. Äh, Katharina. Gewalt ist immer eine Lösung. So. Oh, nice. Wie einfach mal alle hi schreiben, wie geil ist es. Oh, wie cool. Alter, so ein geiles Team. Das sieht man schon am Stil, wie die schreiben. Wenn ich einfach mal hi und was weiß ich was schreiben. Ey, das ist Hammer. Ich glaub, das Spiel wird richtig gut, weil wir einfach alle... ...nett unbedingt... ...Goldspieler sind oder was auch immer. Ja, wie weit ist der... ...Olaf. Okay. I'm Sub. Wir alle einfach I am schreiben. Oh, wie geil. Okay. Juuu. Okay, wir haben auf jeden Fall... ...und, was soll ich spielen, dann? Ich will eigentlich... ...go mit. ja 13 sekunden geil ich will mitte ja komm egal well let's change the lanes during the game ja egal oh man was wird es mit spiel ja jetzt seht ihr hier karten bildschirm das relativ blöd muss ich gucken ob ich irgendwas zugepackt aber ja jetzt geht es auf jeden fall los jetzt muss ihr auch nicht mehr unterbrechen hallo jetzt ok katharina wir sind auf jeden fall wieder auf der oberen seite also oben ist unsere basis wir haben wieder als gegner luchs jinx leckt es gerade ladebildschirm sieht gerade irgendwie so aus ja gut kann mal passieren das leckt gerade echt oder ja ich hoffe jetzt einfach mal dass die aufnahme nicht ganz abgeschmiert ist wäre auf jeden fall scheiße so aber wir haben jetzt garen noch als gegner wir haben riven jinx luchs und noch eine katharina ohne da muss man einfach mal schauen wie es so wird auf jeden fall ein 33er ping haben wir diesmal glück denn in letzter zeit ist einfach so richtig übel da ist mein ping einfach so was in der höhe ja aber ich würde sagen ich packe jetzt mal kurz eine timelapse rein und wir sehen uns gleich im spiel so endlich in game ok los geht wir wollen uns erstmal der schuhe hier ein paar items und da so naja müssen wir jetzt auch noch mal gucken wie wir das jetzt machen achso es geht schon los ok am nächstes vorbei ja wobei soll ich top gehen das wäre jetzt halt auch scheiße was ist los wort na gut wenn jemand top geht muss sie halt top gehen so ok das team ist wohl doch nicht so geil oh man naja was bleibt uns alles übrig da hinten ist so ein vogel den habe ich auch noch nie gesehen ok luxus franzose ok ja das erklärt alles nein ich habe nichts gesagt gegen franzosen nein naja was will man machen kommt jetzt mal jemand oh gott das nee sag bitte nur das spiel des franzosen verseucht nein bitte nicht auch kommt bitte was die haben Riven woher woher haben die Riven wieso habe ich die nicht gesehen so kommt er kommt kommt bams also Riven kassiert schon mal richtig oh ne verpiss ich Garen ok bams bams und fort zum Tower im Early Game bringt es zwar noch nicht unbedingt viel dennoch ist es jetzt nicht irgendwie schlecht wenn wir das jetzt schon durchziehen na Riven die können wir echt kriegen die ist nicht gut wir können die schaffen oh nein Riven 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 Garen ok alles safe shit halt dran danke komm her komm her komm her Riven äh Garen nein nein scheiße wir hätten die kriegen müssen scheiße nein Garen komm bams ja weg scheiße 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 wo ist Riven sag nur diesem Gebüsch wer oh shit bams komm Junge ah fuck it ah ne das hätten wir noch packen können egal tue schäme kaka kaka nach quasi stösse deswegen hasse ich topspiel mit Katarina Alter, das kann's nicht sein. Man, ey. Scheißdreck. Ich schneid Katharina den Weg ab, ganz einfach. Da irgendwo ist sie. Ich weiß das. Ja, da, ja, okay. Gut, ich komme von hinten. So, Riven. Jetzt geht's ab. Ja, komm. Ja, ja, jetzt verpiste sie sich mal wieder. Typisch. Ah, Mann. Ja, Mann. Und zu dem Spiel muss ich mich wirklich zurückholen, damit ich nicht ganz eskalieren. Mann, ey. So, Garen. Garen irgendwie saublöd. Bams. Na, fuck it. Ne, das war Schlau von denen. Ne. Weg, 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 weg. Ja, 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 komm, Garen. Nice. Oh, fuck. Okay, weiter. Wir müssen weitergehen. Komm schon. Riven ist nicht schwer. Nein. Oh, komm, die kriegen wir. Riven ist nicht schwer zu killen. Bitte. Oh, ne, Kathar... Ach, fuck it. Wisst ihr, was mich nervt? Wenn da einfach irgendwelche Noobies sind, die hier meinen, einen Scheiß spielen zu müssen. Bams, Bams. So, Katharina ist wieder in die Mitte, passt. Okay, ich farm hier jetzt mal ganz kurz. Das brauche ich. Ich skillet jetzt auf jeden Fall wieder meine Queue. Aber Katharina mit Top. Leute, glaubt's mir. Ja, das ist der größte Scheiß, den ihr machen könnt. Naja, bleibt nix anderes übrig. Und jetzt irgendwie als Spielverderber da stehen, will ich jetzt auch nicht. Wobei ich jetzt halt trotzdem's nachsehen hab. Aber wen juckt es schon. Hauptsache, die Noobies können spielen, was sie wollen. Nice. Oh, Garen. Garen hat kassiert. Jetzt, komm. Das packen wir. Leute. Oh, Garen ist fast down. Fast down. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Warte, was ist da oben los? Okay. Ey, die Carry Noob, Jinx Noob, höh. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fick doch die Scheiß-Hure. Alter. So ein verficktes Game. Mal ernsthaft. Parc-Compris. Oh, toll. Franzose. Alter. Okay, runterkommen. Wie sieht's mit Ping aus? Gut. Jetzt seh ich gar keine FPS mehr. Okay. Dann ist es halt so. Alter, nein. Jetzt hat mich die Scheiß-Katharina gekillt, nur weil die von Lux ge-ge-ge-feedet wurde. Das ist doch am Arsch. So. What? Fertig. Oh, ich hab schon gedacht, da oben kommt wieder Katharina. Ernsthaft, Leute. Da kommt Driven auf jeden Fall. Es juckt mich aber gerade 0. Ja, Garen, renn doch, juckt mich nicht. Ah. Bams. Wer rekt doch. Oh, fucken. Nein, warte, warte. Ulti, Ulti-Mate. Nein. Oh. Aufsache, ja. Fuck. Fuck. Leute, ich telefoniere kurz, bis gleich. Ja. 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 So, Leute, hier bin ich wieder, da ist Tower, okay. Oh, man. Ich könnte irgendwie wetten, dass da wieder jemand im Gebüsch kennt. Ich könnte echt wetten. Vor allem, Riven ist nicht so dumm, wie ich gedacht hab. Das ist das größte Problem. So, dann war ich hier. So, easy. Okay. Nee, wir beide bleiben jetzt top. Wie ist ihr, Leute? Double top ist einfach sowas von scheiße. Mal ernsthaft. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ich hab kassiert. Zumindest ein bisschen vom Tower. Okay, da einmal durchrasieren. Bombs? Riven? Nö, oh. Nö, oh. Riven ist so gut wie down. Kann das sein? Push mit. Ich push gar nix. Nö. Das seh ich nicht ein, ganz ehrlich. Ja, komm. Ey, die sind ein scheiß Spiel. Nee, ey, das macht recht keinen Spaß. Ja, okay, das Spiel wird echt aufgeben, das ist sinnlos. Ey, so ein Scheiß. Das nächste Mal will ich aber wirklich mal wieder ein gescheites Spiel spielen. Nicht sowas. Ja, da, Mitte. Turm ist kaputt, wäre ich da gewesen. Ach so, auch unsere. Alter, mit Katharina kann man einfach nur gescheit Mitte spielen. Das kann man doch so echt vergessen. Top Camping. Was? Okay. Ja. Dann camp mal. Bombs? Bombs? Okay, nice. Weiter geht's. Okay, Leute, wir müssen jetzt echt mega ruhig bleiben. Und jetzt müssen wir endlich mal Landtower. Kann ja nicht sein, dass wir... Oh, Garen. Fick dich doch. Ey, wetten. Wenn da gleich jetzt noch jemand kommt. Amkar. Amen, Akui. Ne. Oh, geil. Oh, danke. Danke, ey. Ja, okay. Wie? Wie? Er ist so typisch, ey. Franzose, halt mal wieder zusammen. Luchs geht in Mitte. Soll jetzt kein Hate sein, oder was ist ich was? Ja, Luchs, fuck. Ja, Maul. Alter. Fuck das Spiel. Ganz ehrlich. Surrender, please. Gut. Was macht unser Chase? Ah, okay. Der hilft kurz im Mittel, wie es aussieht. Ja, ich kann ja nicht. Ich würde es ja gerne machen, aber nein. Hauptsache, da mal ein bisschen was rasiert. Oh, wenn es nicht rasiert wurde, aber egal. Sorry. Ey, wetten, da kommt jetzt gleich wieder... Schau dich das an. Ey, das ist kein Spiel mehr. So, Riven, jetzt bist du gefickt. Hä? Was? Wehe! Anker! Neu-Skill-Steel. Als ob... Jo, jetzt kommt auch noch Katharina. Ja, komm, Fick doch. Alle. Ja, was ist denn das? Bams! Alter. Ey, dazu sage ich jetzt echt nichts mehr. Let's kill schon los. Ja, und warum habe ich eine 1 zu 6 HKD, ey? Das ist doch am Arsch! Junge! Und Jinx kämp... Was ist das für ein verdammtes Spiel, ey? Ja, gut, ich probiere jetzt eine andere Taktik. Ich gehe jetzt hier unten lang. Ja, komm! LOL! Garen! Anker! Bam! What the fuck, Jinx? Oh, ha! Okay, wir haben Ludens Echo, Leute. Jetzt wird rasiert. Aber heißgalt. So, Jinx ist da drüben, okay. Was macht du? Hä? Als ob. Was ist das für ein verdammtes Spiel, ey? Katharina hat sich geportet! Katharina hat sich geportet. Ja, Leute, da vorne wird es nix. Leute! Amk, was machen die? Loll? Oh, snap! Oh, snap! Oh, snap! Amk, ey! Jo... Ey, das geht doch echt nicht. Inhibitor wurde zerstört. Toll, wen juckten das jetzt noch? Das Spiel ist Reh verloren. So, Surrender, ja, kein Bock mehr, ey. Was, wir sind nur zu viert? Was ist es denn, wenn wir nur zu viert? So. Gut. Lauda Franzose. Ich weiß, warum ich noch nie mit denen spielen konnte. Ich weiß es echt. Nee, ey, das geht gar nicht. Schicks wird es erst mal reportet. Afka, bam. Nee. Gigi-Team trifft mir zu. Garen hat eigentlich ganz gut gespielt. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Mal ein bisschen Abwechslung, was weiß ich. Ja, was will man machen? Ja, ich habe Bock mehr, ey. 783, Alter. Wir brauchen 1350 für Timo. Ja, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht wird es wieder lol. Vielleicht Minecraft, vielleicht GTA. Aber gut. Bis dann. Haut rein. Ciao.